Herzlich willkommen auf Sylt. Dieses komfortable, lichtdurchflutete Vier-Sterne-Apartment lädt Sie ein, eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung zu genießen. Strandkorb und Sonnenschirm erwarten Sie auf der gemütlichen Terrasse im Garten. Im großzügigen Wohnraum mit Couch-Garnitur erfüllen Flachbildfernseher, DVD-Player, Stereo-Anlage, Telefon-Flat-Rate sowie WLAN-Internetzugang Ihre technischen Ansprüche. Hier haben Sie Zeit, sich ganz den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Die modern ausgestattete Wohnung hält für Ihren Komfort eine helle, freundliche Küche mit Waschtrockner, Geschirrspüler, Cerankochfeld und Mikrowelle inklusive Backfunktion bereit. Die circa 50 Quadratmeter große Wohnung ist für zwei Personen geeignet. Das großzügige Bad verwöhnt Sie mit moderner Ausstattung. Wanne mit Duschwand, Waschtisch, WC, Föhn und Handtuchtrockner sind vorhanden. Im Mietpreis enthalten die Wäsche-Erstausstattung mit Bettwäsche und Handtüchern. Die Betten sind bereits für Sie bezogen, wenn Sie in dieser geschmackvollen Zwei-Zimmer-Wohnung ankommen. Für Ihre Sicherheit steht ein Hotel-Safe bereit. Vor dem Haus finden Sie einen Fahrradständer. In direkter Nähe zum Naturerlebnisraum Friedrichshain gelegen, heißt diese besondere Wohlfühloase auch Ihren gut erzogenen Hund willkommen. Fußläufig zur Bäckerei und zum Supermarkt lässt dieses Apartment nun wirklich keine Wünsche mehr offen. Und wenn das Wetter mitspielt, erwartet Sie nur 750 Meter entfernt dieser traumhafte Strand. Machen Sie Ferien auf Sylt!